4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 da war ne lampe Ah ne was war da cool nochmal 7 4 3 5 ne 1 ladies and gentlemen ist willkommen zu Qualitätsspiele und Kadari Hallo An der Grafik erkennt man das Spiel hat Qualität So ne schöne Qualität Lasawas, God of War und Diswein 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 Ja Sven heute nicht machen wieder Doppelsicht Das ist ein Horroradventure wenn man es irgendwie so nennen möchte 1,50€ hier oder was für sich 1,43€ Ihr hast immer Angebot Sven bei uns Er weiß wie es ist wenn die Zuschauer sehen und kaufen wollen Wir wollen keine falsche Damen gehen Nachher hat man nur ein Auf jeden Fall Sven und ich gönne uns jetzt Halbe Stunde zocken wir Für euch wird es dann schön zusammengeschnitten Und ja euch viel Spaß Und dir auch viel Spaß Danke die auch das hier zu schlimm Also so ich glaub wir sind jetzt allein Ich hab Bock Ich hab's gestern auf Steam gesehen Dacht ich mir komm Dann starten wir mal das Spiel Wir gehen in den New Game Was wissen Sie kennen das oder was Montag 48,45€ Für Sven ist es jetzt schon Horror Jeder weiß Montag ist ein beschissener Tag Also easy Okay geht von Sarah weg Gut Hey there About time you woke up I'm going to take a quick shower Can you start breakfast Sure thing Die Sequenzen Die Grafik Spiel? Hast du die Aufgabe? Nee doch nicht Ja Puh Uh Es muss sogar sehr langsam ausgeblendet werden Also das ist ja sowas von gelogen Wenn die Freundin duscht Als ob man nicht ins Badezimmer darf Aber wir können unsere Freundin nicht beim Duschen zusehen Der Horror beginnt bereits jetzt Boah geil wir haben sogar Schatten Ich wollte springen Und Füße haben wir Jaaa Ist ja der erste Mal für Zweikern Ich bin eh bin ich eh Ha ha Das Licht muss an Das Licht muss aus Licht an Aus An Aus An Okay wir können I hope that vagrant girl didn't touch anything Jaa Wer jetzt auf die was getascht hat Also Was war das denn jetzt Living room The desk Kisch also dann Ist das jetzt Nee Komm Das liegt aus wie ein Ah Was ist da Ah Was war das Was zu Kaffel Okay und jetzt Carrot card Can't say Äh Spiel Hilfe Spiel Spiel Ich hatte noch nicht mal Frühstück Hä Ganz ganz komisch Ich will dich in den Keller Ich will dich in den Keller Ohhhhh Nee Keller ist blöd Also Nee Da will ich nicht rein Hehehehe Jetzt ist es dunkel Nice Power ist auf Okay Kein Strom mehr Äh Licht Hallo Ist schon wieder ein Bad Dass man dich halt nicht animieren muss Alles klar Ja Spiel ist dunkel as fuck Jetzt gerade Was macht die Freunde die ganze Zeit im Badezimmer Ah Ja Gut Nehmen wir mit Wie will ich den scheiß aus Eh Jus Wollte schon sagen What the fuck Ah Jus Natürlich So nicht anders Jetzt bin ich doch mal ein bisschen romantik hier in die Stimmung So ein Spaltchen draußen Das Spiel ist übrigens das Wein Wusste hier übrigens nicht Heißt wir Schweinen heißt sagen wir nur Pig auf Englisch Aber Swine Also S-W-I-N Wie das Wies im Titel halt auch steht Geil Und hier schauen wir mal zu Sven Uhu Ich hab Schritte gehört Puh Erstmal bisschen Mutringen Boah Oh Bitte kein Schlapps Gehen Bitte kein Schlapps Bitte kein Schlapps Bitte nicht Oh maaaannn Ich hab ich hasse sowas Wir nutzen mal Puhh Pfua Puhh Wir nutzen mal Puhh Alter, das ist so eklig, weil jemand irgendwie ins Ohr reinhaucht. Ich glaube, ich muss jetzt gucken. Hallo? Schwein, hallo? Ähm. 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 Was ist denn da? Oh, Mann. Ähm. Ähm. What are you doing here? Who are you? I don't know. I don't know. I don't know. Wie ist das? Ich bin fast dabei. Ich boxe nicht weg. Komm. Aber du hast eine schöne Maske. Gibt's irgendwie die Box-Taste oder so? Komm. Aaaah. What's that supposed to mean? I don't want anything from you. Just get out of my house. Ich kann mich nicht überwegen, oh krass, jetzt ist der Tag vorbei, komm, der Tag ist vorbei. Ich will keinen Jamsker, ich will keinen Jamsker, bleib weg, oh man. Hallo, spiel, spiel! Oh, ich verstehe. Ja, ich trieb mich schon. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Ach, ich bin nicht sicher. Hey, hey, hey! Hey, hey! Ähm... 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 Das war... Das ist mir noch gar nichts passiert. Ähm... Jaaa... Gut... Ähm... Licht? Polizei? Leute? Ist das jetzt Party oder was? Ich... I need to hit you. Okay, die Freundin. Das bestimmt jetzt die Lösung oder so. Hilfe! Jetzt kommt Big Bubba-Schwein an oder was? So, Daddy ist bei uns im Bett mit der Freundin und Knatter. Sagittar... Oh, Mom! Oh, Mom! Honey, da kommt ein strange Geräusch von unten. Könntest du es ausprobieren? Ich kann es nicht finden, wo es kommt, aber es wird bei der Basement-Tür. Vielleicht muss ich wieder in den Keller. Das will ich jetzt hell. Hu hu. Freunde? Freunde? Hallo? Hier stinkt was. Im Keller stinkt was. Im Keller stinkt was. Kann ich das schon sehen? Im Keller stinkt was. Ich habe einfach was genommen, weil ich da noch nicht war. Das war richtig. Das war eine Scheiße. Hallo? Alter, diese Treffe! Ich habe eine DVD. Ich habe eine Kansette gefunden. Erstmal abspielen. Yippie! Schatz, im Keller war nichts. Okay. Vor allem, die redet nicht mal mit uns. Ganz krass. Ganz krasse Frau. Das ist wahre Liebe, wisst ihr? Ganz ehrlich, der Mann muss sich wirklich bemühen, nicht zu sterben hier. Und die Frau versteckt sich einfach nur im Badezimmer. Ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Oh, nee! Trauer! Ja! Hab ich hier was vergessen? Ja, natürlich. Play drücken. Ja? Ja? 2020, 11.8. Bei deiner VHS? Ich glaube nicht. Das ist eine Aufnahme von uns. Ja, also vom... Ah, okay. Ich glaube, ein Spanner ist das. Ein Spanner! Wir haben unseren ersten richtigen Stalker hier. Ich glaube, der Stalker liebt mich. Hundertprozentig. Alles geil auf das Haus. Alter, die Geräusche, ey. 4, 7, 3, 5. Okay? Mhm. Easy. Okay, 4, 7, 3, 5. Das war's nicht. Hallo, Freunde! Okay, das war's nicht. Dann ist ja easy. Ich frage eh, wie ich meine... Oh, du wierg. Kann ich wieder ins Bett? Dann ist ja easy. Lehm is crazy. Ah, wo müssen wir denn ein Code eingeben? Oh, schauen wir uns den Garten an. Ist doch schön hier. 4, 7, 3, 5. Ist ja wohl ein Schwein auf dem Dach. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. Ach so. Jetzt hat man sich das merken. Wahrscheinlich, ne? Kacke. 4, 7, 3, 5. Was waren dort? 7? 3, 6, 5. 3, 6, 5. Ah, okay, okay. Silent Thrill. Erzhaft jetzt. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. 4, 7, 3, 5. Da war eine Lampe. 4, 7, 3, 5. Egal und Lampe. 4, 7, 3, 5 Leute. Machen wir. Regal und Lampe. 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 Wir sind ein Schwein. Ich habe auch keinen. Hä? Hä? Ich erinnere mich. Gott, mein Kopf hat mich zu töten. Wir müssen unsere Freunde sehen. Geil. Nein. Ich muss das machen. Die Sachen, die die Frau gesagt haben. Ich kann sie nicht passieren lassen. 4, 7, 3, 5. Oh, okay. Hier ist Yannick. Ja, dann gehen wir mal raus. Ja, komm. Hallo. Hallo. Es ist ja easy. Sweetie? Sweetie! Are you sleeping? Schließt du? Oh, schade! Hey. Honey. Did you find out, where that smell is coming from? Hast du keine Ahnung, was jetzt von mir wollen? Du wolltest nicht hören. Ich fühle mich so nervös. Hast du mir so lange geschlafen? Dieses Luft ist so schwer. Das muss sich eine Konfigurieren. Wo sind meine Best Friends forever hin? Ja, Leute. Habt ihr noch was für den Keller? Brody? Ey, Mapu? Ich konnte aber auch machen. Hallo. Da hätte ich der Schlüssel. Den muss man auch noch mal sehen. Schatzi. Gut, gut. Ist das Badezimmer-Schlüssel jetzt, oder? Weil viel mehr Schlüssel ist egal. Jetzt auch nicht. Ja! Geht da! Cool. Mhm. Fertig, schaffst du das? Okay. Hast du keine Ahnung, was du jetzt von mir wollen? Hast du keine Ahnung, was du jetzt von mir wollen? Boah! Janik! Alter! Boah! Alter, ey! Ich weiß nicht, was ich mit diesem Code anfangen soll. Ah! Ja moin! Alter, ey, was war der Code nochmal? 7, 4, 3, 5, ne? Was sag ich dir jetzt nicht? Auf jeden Fall, ladies and gentlemen, hoffentlich hat's euch gefallen, dieses kleine Video. Und... Ja, bis zum nächsten Mal! Haut rein! Und da gibt's vermutlich wieder ein bisschen Qualität. Hoffentlich, ey! Ciao! Tschüss!